So, einen wunderschönen guten Tag! Moin Moin zusammen! Wir starten in die neue Woche. Korrekt. Und das zum ersten Mal auch aus unserer wunderschönen neuen Filiale hier im Ohlandpark in Kaltenkirche. Korrekt. So, und es hat natürlich einen Grund, weshalb wir jetzt hier in unserer Abteilung von Camel Active sind, denn hiermit geben wir ein wunderschönes Gewinnspiel, nämlich bekannt, womit wir jetzt starten, Kai! Ganz genau! Und zwar haben wir unglaublich viel zu verlosen. Wir verlosen einmal 100 Handtücher oder Bade-Strandtücher, Strandtücher von Camel, 100 Thermoskannenbecher sind das, dann haben wir Bluetooth. Nennt man das eigentlich Becher? Ist eine Kanne. Kanne, schön, weiter, muck. Dann haben wir 100 Bluetooth-wasserdichte Lautsprecher von Camel, also richtig cool dabei. Und wir haben hier eine traumhafte Campingleuchte mit Powerbank sozusagen. Mit Powerbank, also da kann man richtig, ne, da kann man ganz toll drauf drücken und dann blinkt die dann auch, wenn man nochmal drückt. Genau. Dann blinkt das Ding jetzt nicht. Jetzt gleich da, eine Partylampe kann man das auch machen. Und eine Powerbank ist da auch. Richtig, richtig, richtig coole Sachen, die man hier jetzt gewinnen kann. So sieht's aus, von jedem haben wir 100, da, 100, wie man sieht, 100, so, haben wir zu verlosen. Im Gewinnspiel unten jetzt quasi ankreuzen, was man denn gerne gewinnen möchte. Korrekt. Und wir drücken natürlich die Daumen, wichtig, 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 das Gewinnspiel gilt hier für unseren Standort in Kaltenkirchen. Korrekt. In Kaltenkirchen, in Kaltenkirchen. Ganz anderes. Ganz was Neues haben wir das jetzt auch. Also richtig schön. Genau. Und der Preis muss dann auch hier in der Filiale abgeholt werden. Und ob man will oder nicht, wir machen dann auch ein Foto zusammen. Und da muss man dann mit durch, auf alle Fälle. Da sind wir dabei. Kannst du nochmal die coolen Sachen zeigen? Warte, der Kamera nochmal drauf hier. Achso, oh, ja. Ja, ja, guck mal, hier. Warte mal, der Schuh ist im Weg. Achso, dann geh du doch mal aus dem Weg heraus. Geh doch mal weg, 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 weg. Geh mal zurück, dann kann ich... Und jetzt musst du auch was sagen, was für coole Schuhe das sind, die wir hier von Kermel Active haben. Nee, ich wollte doch die Gewinne davon. Achso, die Gewinne, ja. Gut, anscheinend, wir reden nicht miteinander. Weg mit den Schuhen. Wir haben ein Kommunikationsdefizit. Ich zeige noch einmal dieses wunderschöne Ding, was wir haben. Ein Lautsprecher, das ist richtig schön, ein toller Sound auch. Lampe, dieser und Kermoskanne. So, jetzt müssen wir es auch nicht wiederholen. Kann man noch reingucken. Kann man auch nicht reinpacken. Sehr, sehr cool, das ganze Ding. So, hast du sonst noch was zu sagen? Nö, ich auch nicht. Ich drücke allen ganz kräftig die Daumen. So sieht es aus, das Ganze... Mitmachen und gewinnen. So sieht es aus, das Ganze geht vier Wochen. Und die Gewinner werden natürlich wie immer bekannt gegeben, angemeldet und so weiter. Wir sagen jetzt viel, viel Spaß beim Mitmachen. Ganz genau. Und allen eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Bis dann.